So, hallo Leute und willkommen zurück bei Minecraft. Und die zwei Tierchen hier sind auch noch da. So, was wollten wir zuletzt machen? Wir wollten in den Untergrund gehen. Huch. Und das machen wir doch auch mal ganz glatt und spontan. Bei dieser epischen Musik, weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Oh, ich glaube hier ist Gras gewachsen. Hm. Tja, wenn das bei dem Tempo weitergeht, dann sind wir mit Folge 100 irgendwann fertig. Gut. Aber wie dem auch sei, wartet mal. Ja, wird reichen. Ich habe die Spitzhack ja schon kaputt gemacht, irgendwie nicht. Ein Wandersmannslied. Wie sieht das denn eigentlich hier aus? Achso, das war ja da, wo wir ja am Anfang angekommen sind. Da war ja alles kaputt. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Vielleicht mache ich noch mal ein paar Minuten, aber ich kann ja mal... Es kommt mir schon wieder so laut vor. So. So, dann gehen wir auch mal... Momentchen mal. Äh, nein. Ähm. Ja. Und jup. Aber, ähm... Ja, doch. Lassen wir apart. Wir sind ja, ne? Kein Kindergarten hier. So. Hier ist unsere alte Höhle gewesen. Die werden wir auch eben glatt nochmal besuchen. Ähm. Wo ging es denn hier rein? Hier. Haben wir ja den Weg ein wenig ausgearbeitet. So. Ist hier noch was drin? Nee. Okay. Äh. Ein bisschen tiefer müssen wir. Ach, hier haben wir gleich mal Kohle. Die haben wir gleich spontan beim letzten Mal anscheinend übersehen. Und deswegen sind wir ja hier, ne? Ich habe nur 13 Fackeln. Stimmt nicht. Ich habe hier 64 Fackeln. Machen wir hier mal die Maus umschalten. Kohle. Noch ist alles fröhlich. Deswegen lassen wir mal die fröhliche Musik an. Wenn es denn ernst wird, switchen wir auf was Ernstes. So, ich höre hier schon mal irgendwas. Ne? Na. Kommt da runter, ihr. Klumpen des, äh, Erfolges. So dunkel da. Ah, jetzt. Ich habe festgestellt, na, komm. Dass die Aufnahmen nachhinein heller sind. Also für mich ist es relativ dunkel. Aber für euch, nur ihr seht mehr. Da oben war noch mehr. Das holen wir uns auch noch mal. Mehr. Mehr, 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 mehr. Ähm, huch. Oh je. Die Musik ist ja, äh, sehr fröhlich. Ähm. Ja, wollen wir da runter hier? Meine, meine, meine Kohle fließt weg. Ich hoffe sie, ich hab sie, ich hoffe, ich hab sie. So, noch, ah, da liegt noch was. So, hier war nichts mehr. Hier haben wir unseren kleinen Staudamm gebastelt gehabt. So. Guckt mal. Schöne Pracht, Farbe und so weiter. Komm her. Komm, Schatzi. 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 Bär. So, hier war man nämlich nicht weitergegangen. Ups. Beziehungsweise hier machen wir schon, aber... Noch weiter waren wir denn nicht. Oh, guck mal. Party in the house. So, ist hier noch irgendwas? Ah, hier. Ah, ne, die wollten wir ja letztlich auch schon nicht nehmen, weil es ja hier runter geht. Aber ich glaube, jup. Hab ich gerade gesehen, da geht's nicht allzu tief. Dann können wir das nehmen. Und dann können wir auch hier... Ne, da können wir auch hier. Jup. Und dann machen wir mal so und und. So und dann machen wir das wieder so weg. Auch wenn wir verlieren, ist egal. Und machen wir so. Und dann kriegen wir die Kohle auch. Okay. Hier ist es düster. Mal gucken, wir hier mal gerade mal ein Tucken. Ach, hier waren wir... Äh? Waren wir hier gerade hier? Nein. Oh, yeah. Oh, guck mal. Zombie. Zombie. Oh, was ist denn das für eine Höhle? Alter Falter. Oh, die Spinnen sind ja so hässlich mit diesem Texturenpaket. Also haben wir halt ziemlich realistische... Ne, komm her. Ja, nun komm weiter. Guck nicht so mit deinen verträumten Augen. Oh. Mr. Enderman. Habt ihr richtig gehört? Monsieur, ich will alles und gebe nichts. So. Und die wollen wir haben. Und die auch. Und hier ist es mir gerade zu dunkel wieder mal. Deswegen machen wir hier mal Licht. Ohoho. Alter, wie der erschrocken. Mama mia. Hopp. Und tschüss. Sag ich dazu. Oh. Machen wir mal was. Mampfen hier. Oh mei. Oh mei. Oh mei. Wie viel Lava auch hier ist, ey. Oh mei. Oh mei Gott. Wow. Spider-Man. Ah ne. Blibblibbling. kurz mal ausgeleuchtet hier. Eine reicht. Die Mulke ist irgendwie auch wieder nicht wirklich passend. Es erinnert mich irgendwie so leicht an irgendwie ein äh, äh, äh. Wow. Okay. Jetzt wird es ein bisschen dramatischer. Ja, jetzt passt's. What? So. Komm her, du Kohle. Autsch. Nicht du Gr... Oh, wer kommt denn da angekrochen? Äh, 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 äh. Hola. Was nu? Ja, kommst du nicht hoch oder was? Was, was soll das heißen? Soll ich runterkommen oder was? Spinnst du, komm hoch. Seh zu. Arschloch. Egal. Soll er bleiben, wo da Pfeffer wächst? Nee, oder so ähnlich. Diese blöden Creeper echt mal, ey. So. Bling, 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 bling. Kriegen wir hier das alles ordentlich weg? Nicht dramatisch? Na, nein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hinter mir höre ich irgendwie auch irgendwelche Geräusche gerade. Bisschen geschockt gewesen, aber das war die Katze, die hier ganz gemütlich auch mal ein Stativ rumkaut. Geh weg da. So. Ah ja. Komm. Ja, ein bisschen weiter rechts. Ja, jetzt hoch. Nein, ja, rechts, rechts. Äh. Oh. Da habe ich doch gerade noch einen anderen Kollegen gesehen. Jeden Tag. Gleiches Spiel wie dem anderen? Du weißt nie, wie du herkommst, wa? Ich bin dir sicher. Was haben die für Waypoints? Hallo? Ne, den hauen wir gerade mal weg. Nicht, dass der dann irgendwie so lalalalala. So, 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 salopp mir in den Rücken springt. Da hätte ich ja mal gar nicht Bock drauf. Au. Mama mia, Alter. Was für eine Höhle. Was für eine Höhle. Hauptsache, wir kommen auch wieder raus. Hups, damit geht's nicht. Denn wir wollen ja davon was haben, ne? Die Kohle. das Eisen. Vielleicht Diamanten. Diamanten, Diamanten, Diamanten. So. Na. Gehen wir hier mal kurz hochgelutzt. Ups. Eine reicht. Oh yeah. Okay, das ist mal ne Sackgasse für die. Da kann keiner herkommen. Hoffentlich. Ah, ja. Eine Benachrichtigung ist, hat jemand Geburtstag? Oh. Inja, welcher ist meine Mom? Huch. Oh mein Gott. Hier hat ein Dach. Ich bin von der Post. Oh man, oh man, oh man, oh man. Okay, eins am anderen. Wir müssen erstmal zurück. Kurz mal da. Hier nochmal ausleuchten. Ach nöööööööööööööööööööö. hau 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 komm her aua 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 oh mann alter was für ne Höhle Sackgasse sehr gut so moment mal nein das klingt gut The Hive oh mann oh mann mannometer mannometer alter da ist jemand vorne ups komm wir brauchen hier mal paar Pilschen in die Mauer mit dann können wir uns ne schöne Giftsüppchen brodeln Hauptsache wir kommen hier wieder hoch oh mann ich befürchte fast schon dass wir hier elendig und so verrecken so ah ja hier waren wir schon anscheinend gut Kohle 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 also mindestens das komplette Inventar müssen wir irgendwie vollkriegen mit irgendwelchen Klimpen das ist so mein Ziel nicht mit irgendwelchen mit irgendwelchen komischen Katzen ah Quatsch Katzenaugen hier äh Spider-Eye also Spindeaugen die brauchen wir halt erstmal nicht denn die Alchemie nenne ich sie mal werden wir noch nicht wirklich praktizieren dazu müssen wir erstmal nässer kommen diese Warzendinger da finden und so weiter so hier dann mal das Eisen rausgerobt da oben ist noch Kohle sehe ich gerade ah toll da liegst du aber gut Kohle deswegen sehen wir ja hauptsächlich hier gut wir könnten jetzt so viel Holz wie wir haben auch Kohle selber produzieren aber hm ich wies net das dauert ja ewig da müssen wir ja auch noch ähm ne haufenweise äh Holzfällen und so das ist ja nicht im Sinne des Erfinders naja das Holzfällen schon aber nicht unbedingt da raus die Kohle zu machen eine Sackgasse äh ein Enderman irgendwo wo 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 wo